hallo liebe freunde herzlich willkommen zu einem weiteren part von super mario world 2 advance wir sind hier weiter und diesmal mit ein bisschen mehr motivation von meiner seite aus weil jetzt ist es noch nicht abend jetzt kann ich in ruhe aufnehmen und so kommentieren wie ich will oh mein gott mach ich also ähnlich scheiße bin ich dumm auch ja um wegen dem wegen der musik ich kann nicht mehr auf joshi alter ich sag mal durch scheiß auf joshi es wäre es war urheber rechts letztes mal und das würde ich jetzt ein bisschen kommt deswegen dass ich die musik vielleicht sogar aus oder leise damit es nicht mehr vorkommt ich habe das gesehen so weiter oh mein gott oh mein gott schneller mario ach fast in die röde so wäre das auch schon geklärt ah nein wieder zurück alter wieso bin ich nicht klein alter also oh mein gott oh mein gott mis zu weit so oh ah sup hey bad 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 Luigi represent the lion eh ganz klar Luigi oh my god wow ah warte warte mein mein Pelz oh nein was mach ich denn da weiter einfach mal mit Luigi nochmal ähm wisst ihr diese Musik hier ist urheberrecht urheberrecht geschützt irgendwie so dann kann ich diese eigentlich äh was ist mit dem Laptoposition kann ich die Musik eigentlich darf ich die gar nicht verwenden ich hoffe euch gefällt das natürlich das was ich da da also ein Pilz ach mein gott er ist ja ah runter Gott habe ich alles von diesen Fischen jetzt möchte ich nur hier töten dann bin ich im Arsch sozusagen jawoll wir haben ja hier rauf ne das ist so schwierig mit denen zu steuern ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft er oh mein gott ernsthaft ernsthaft oh komm alter oh mein gott ich bin schneller ich bin schneller ich bin schneller jawoll da 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 Ah, du willst ja mich verarschen. Fickt euch alle. Oh mein Gott, er kommt. Alter. Oh mein Gott. Oh. Habt ihr das gesehen, liebe Leute? Oh, scheiße. Das war so knapp. Das ist ein scheiß Lübel. Das ist ein scheiß Lübel. Das ist ein scheiß Lübel. Nein. Das war klar. Ich habe eine neue Reaktion. Oh nein, Game Over. oh come Mario Mario am I mama pointed okay so item text oh Nein! Alter. Och, komm, Alter. Schon wiedergeben. Das war ja klar. Alter, ich bin eigentlich mal im neuen Schloss. Oh mein Gott, das gibt noch... Geht ein bisschen länger diesmal, ne? Oh mein Gott. Jetzt muss ich anfangen, Mädchen. Oh, da, komm. Jetzt renn. Hm. Ah. Jetzt bin ich wirklich vorsichtig. Lacht noch blöder. Oh mein Gott, bin ich schlecht. So, und noch einmal und dann habe ich Game Over, Alter. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das dachte ich schon. Ah, komm, Alter. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Eww! Ja! Ah! Tut das gut! Nein. Nein. Späge nicht weiter. Maria. Es ist mir. Maria. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein! Kamerun, das ist mir. Oh, das... Oh. Oh. Okay. Oh! 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 Wow! Oh, ist das denn ernst? Alter! Oh! Ah, ich wusste es doch. Eine Feder! Alter, da kann ich doch fliegen! Alter, nein! Oh mein Gott! Ah, nein! Ich hatte doch eine Feder! Das war klar. Wieder mal typisch treu. Alter, komm! Willst du mich verarschen? Oh! 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 Du hast gesehen, ich schneide meine Let's Plays, also beim Super Mario, da die langweiligen Teile dann nicht so vorkommen müssen. Dann wird das Let's Play viel länger gehen, sonst finde ich ein bisschen langweilig, weil das schaut sich dann sowieso keine andere. Nein! Oh! 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 Yeah! Hä! Hä, Hä, Hä! Also jetzt muss man endlich wieder ein... schöneres Level kommt! Besseres Feld! Ich muss sagen! Oh, noch eins zum Schluss und dann ist der Part auch wieder zu Ende, würde ich mal sagen. Warte, was mache ich da? Das ist ja gespungen. Ah, Trampoline. Ah, Piltz. Run! Alter, nein. So, gut. Alter! Aha! Haha! Run! Wuhuuu! Yay! Nein! Oh Gott! Oh, Mama Mia! Na! So, ich so gut dran. Nein! Das war klar. Das war so klar. Mama Mia! Haha! Da schaff' ich's drüber! Ah! Nein! Oh! Oh! Game over! Schon wieder! Oh, komm, Alter! Die Pflanze! Die Pflanze ist einfach mal weg! Diese Piranha Pflanze! Alter! Schon wieder! Schon wieder! Hey! Ich komm wieder! Ich komm wieder! Ich komm wieder! Ich komm wieder! Komm, wenn ich gerade... Wow! Alter! Danke! Danke! Danke sehr! Danke sehr! Ich bin sehr dankbar! Alter, wer kommt denn jetzt auf Skype online? Der hat mich gerade aufgeregt! Geh weg! Alter! Nein! Diese Pflanzen könnte man echt unterlassen in diesem Game! Alter! Was macht euch? Jetzt! Jawoll! Nein! Nein! Ganz vorsichtig! Trink! Ganz vorsichtig! Es sind überall solche Viecher! Ich hab's mal hier! Ja! 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 Das war wirklich ein Scheiß! Level! Dann, 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 dann! Dann, 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 dann! Alter! Ich hab mir so kommentiert! Ich hab mir so ge-trottet online auf Skype! also wer ist das ein zauberer gandalf lasst mich hier drüber gandalf probieren und schieß ein regandalf ist es dein ernst nein ja da runter steht doch selber du zauberer ach hat sie nein hoffentlich nicht wieder von anfang nicht wieder oh mein gott oh mein gott ist mir verarschen wirklich oh god ich bin da dass ich das über die nicht schafft dass ich das fehl oh ja ja die ganze jahre können sie ja ja ich hab's geschafft ich hab's geschafft ich hab's geschafft zerstört die burg mit einer bombe das geht natürlich auch mal und leute um vierten über den lächerlichen leben kooper in den fest nummer drei ihr abenteuer will immer schwieriger hast du schon den roten und den grünen schalter gefunden roten ja grünen noch nicht so speichern und weiter ich hoffe es hat euch gefahren wenn es euch gefahren könnt ihr das video natürlich liken weiter geht's dann in der nächsten folge nämlich den vierten part nämlich auch dementsprechend das vierte schloss ihr könnt uns natürlich auf facebook folgen und natürlich auch auf youtube beide links in der beschreibung youtube wird nicht so schwierig aber nicht zu finden sein aber facebook könnt ihr einfach mal auf den link in der beschreibung schauen und ja dann hoffe ich es hat euch gefahren dann würde ich sagen ade du interessiert